Hallo, hier ist der Peter Spier von der Firma Schmidt Cypher Video aus Koblenz am Rhein. Ja, heute sieht unser HiFi Studio einmal ganz anders aus als in den bisherigen YouTube Episoden. Und das hat auch einen Grund und zwar hatten wir ein ganz tolles Event mit den Firmen YG Acoustics und AccuFace und haben da innerhalb von einer Woche unheimlich viel Lautsprecher gerückt und Kabel verglichen und Komponenten quer gehört, um ein ganz fantastisches Tonerlebnis zu bieten. Und das ist uns auch in der Tat gelungen, das macht wirklich Spaß hier. Wer macht hier die Musik? Einmal das große AccuFace Netzteil des PS1230 und das versorgt unsere Geräte mit einem sauberen Sinus. Dann als Vorverstärker nutzen wir den großen C3850 von AccuFace. Sehr, sehr spannend finde ich persönlich die neue Laufwerkskombi DP950 und DC950. Ja, und dann ein Pärchen Mono-Endstufen und zwar die M6200 Class AB und die beiden befeuern unsere fantastischen KAMEL-2 Lautsprecher von YG Acoustics. Ja, verkabelt ist alles mit AudioQuest und für die inneren Werte der Komponenten würde ich gerade an meinen Kollegen den Christian weitergeben. Hallo, dann möchte ich Ihnen mal ein paar Einzelheiten zu unseren Marken AccuFace und YG zeigen. YG betreibt einen immensen Aufwand, in dem aus diesem Block Flugzeugaluminium nach 99%igen Verschnitt diese Alumembran entsteht. Das heißt, aus einem kompletten Block wird hinterher ein federleichtes Membran, was sich kontrolliert ansteuern lässt. Zu YG haben wir aber auch ein eigenes Video, den Link finden Sie in den Fußzeilen. Jetzt gehen wir mal kurz zu AccuFace und dann zeige ich Ihnen weitere Bauteile. Bei AccuFace fällt der Blick direkt auf die unglaubliche Materialschlacht. Was wir sehen, sind zwei Elkos. Wir sehen ein riesiges Laufwerk und zwar das des großen Laufwerk-Wandler-Kombinationen DP950. Fast 11,5 Kilo ohne Stützplatte. Das heißt, nur das Laufwerk ist es unglaublich, was AccuFace tatsächlich an Material aufwendet, um das Beste vom Besten zu produzieren. Schönes Beispiel auf der rechten Seite ist die Lautstärkeregelung. Hier ein in Anführungszeichen herkömmliches Potentiometer. Herkömmlich nicht wirklich. Das wurde damals vom Matsusta-Konzern im Auftrag für AccuFace produziert. Und man sieht, was im Laufe der Zeit daraus passiert ist. Das heißt, wir haben hier eine komplette Ansteuerungselektronik über einzelne Endwiderstände und eine vollelektronische Regelung, die dann tatsächlich nur noch die Energiezufuhr für diese einzelnen Widerstände regelt. Das heißt, alles in allem, bei AccuFace immer wieder das Maximum an technischen Möglichkeiten, an Know-how, was da hineinfließt. Und das sieht man dann tatsächlich auch bei den Produkten, wie zum Beispiel hier vorne bei der A47. Hier haben wir einen Blick auf die linke Endstufenseite der A47. Was man sehen kann, sind hier zum Beispiel die Leistungs-ICs. Aber die Materialschlag geht natürlich auch außen weiter. Das sind die Kühlrippen davon. Und wenn ich hier einfach mal mit den Fingern drüber streiche, dann hört man fast nichts. Das ist auch so gewollt. Das gesamte Chassis ist an sich beruhigt, um sämtlichen fremden Klang-Eindrücke einfach entgegenzuwirken. So, da sind wir wieder. Dann hören wir mal rein. Diesen genialen Klang können wir leider noch nicht ins Video bannen. Aber wenn Sie Spaß am HiFi haben, Freude an der Musik, kommen Sie zu uns nach Koblenz am Rhein und genießen Sie mit mir den tollen Ton von AccuFace und YG Acoustics. Wir würden uns freuen, Sie hier begrüßen zu dürfen. Bis bald. Schmitz HiFi aus Liebe zur Musik !